Ich glaube, Schritt für Schritt, das trifft es ganz gut, weil was ich mir gedacht habe, es gibt ja eigentlich viele Herangehensweisen, also du kannst das Ganze über den Kopf heraus machen und du kannst dir einfach mal überlegen, was gibt es da für Themen, also da kommen wir gleich noch dazu, aber du kannst es vielleicht aber auch eher so aus dieser körperlichen, gefühlsmäßigen Wahrnehmung heraus machen, dass du einfach nicht denkst, sondern dass du eben spürst, okay, da passt jetzt gerade irgendwas nicht, woran könnte es liegen? Und wenn du dich mehr aus dem Kopf heran annäherst, dann wäre es, glaube ich, einfach mal wichtig, wirklich dieses Verständnis aufzubauen dafür, so wie du die Welt siehst, sehen sie nicht viele andere. Jeder hat so seine eigene, einzige und einmalige Sicht auf die Dinge und es kann wunderbare, viele Gründe geben, warum jemand anderer dasselbe Problem aus dem anderen Blickwinkel heraus sieht und deswegen gibt es nicht nur deine Wahrheit, sondern gibt es auch eine andere Wahrheit. Und wenn du das einmal mit dem Kopf durchstiegen hast, dass das so sein kann, dass nicht automatisch du quasi Kraftfunktion der Oberschlaumeier bist auf dieser Ecke und alles, was du sagst, ist toll und gibt es gar nicht Besseres, wenn du das einmal verstanden hast, ich glaube, dann kannst du dich dem auch schon viel mehr öffnen, weil damit ist auf einmal klar, ja super, da kann eine tolle Idee aus dem Team herauskommen, die du vielleicht nicht hattest oder da kann jemand mit Feedback zu dir kommen und der kann Recht haben. Und wenn du in diesem dann noch gar nicht sozusagen bist, weil das hängt ein bisschen dann am Ego vielleicht dran, wie du vorher schon eingeführt hast, dann kommst du einfach dort gar nicht hin in diese Position, weil dann ist dir das gar nicht klar, dass das überhaupt sein kann. Gleichzeitig, wenn du das eh sozusagen für dich merkst, weil das Gefühl unstimmig ist, das kann natürlich der nächste Schritt jetzt eben wieder zurückkommen aufs Gefühl sein, du merkst einfach, komisch, es läuft nicht, es passt nicht zusammen, es ist irgendwie nicht stimmig und auch das, ich meine, dann bist du eh schon relativ gut sozusagen auf dieser Ebene des Wahrnehmens und auch dann von, das würde ich dann schon als Selbstreflexion im weitesten Sinn hernehmen und ich glaube, auch da gehört dann eben so ein bisschen ein Verständnis dafür, ja okay, was für Werkzeuge, die du angesprochen hast, gibt es denn da? Und ein klassisches Werkzeug wäre halt ein Retro, würde man bei uns sagen, oder eine Retrospektive oder so, du machst ja einen Prozess und das Mindeste, was du dazu machst, ist ein Debriefing, wo du einfach mal sprichst, ja okay, lassen wir uns nochmal kurz zusammenfassen, wie war das jetzt, haben wir das gut gefunden, hätten wir irgendwas besser machen können, nach einer Präsentation zum Beispiel, hätte man das irgendwie, ja stimmt und da, nein, ich hätte eigentlich sagen wollen, das, aber was habe ich dann vergessen gehabt und der könnte dieses und jenes machen und die viel bessere Variante davon wäre zu sagen, okay, jetzt haben wir da diesen Prozess gemacht, drei Tage lang, haben, weiß nicht, Workshops gemacht oder so, naja, wie waren die drei Tage, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was hätte man besser machen können, was sollte man in Zukunft irgendwie daran denken und wenn wir diesen Prozess wiederholen, was sollte man dann anders machen, weil das hätte geholfen beim Prozess, wenn man sich solchen Schritten öffnet und erkennt, dass die Zeit total wichtig ist für das, weil was ist das, das ist eine halbe Stunde, das ist eine Stunde, die du nutzt, um den Prozess, der beim nächsten Mal auch wieder drei Tage braucht und vielleicht deine halbe Führungsmannschaft oder deine ganze Führungsmannschaft in Anspruch nimmt, dass das auf einmal ein Termin wird, ein Prozess wird, der wesentlich besser wird und effektiver dadurch wird und dadurch einen besseren Output hat. Und auch das muss man mal sozusagen verstehen, dass das nicht verlorene Zeit ist, sondern dass das eine der wichtigsten Zeiten und Dinge, Maßnahmen sind, die du setzen kannst.